Ich würde sagen, wir müssen hier schnell weg, ne? Auch wenn wir Angst haben. Oder hätte ich... Achso, ich glaube, ich sollte das machen. Uiuiui, hier ist ganz schön was los. So, wir fokussieren uns mal nach und nach auf alles. Da stand dort von allem, was keiner im Gedächtnis... Okay, wir finden das also auch wieder. Hören. Was ist das? So, prägt die ein. Ich glaube fast, wir müssen hier gefühlt uns erst alles anfokussieren. Damit wir wieder nochmal sehen. Habe ich das richtig verstanden? Und hier ist halt... Wirklich viel. Ist trotzdem Fragezeichen toll. Mhm, ein Stein. Oh, Obsidian. Sehr gut. Das hätte ich halt gern. Ich hätte gern wieder ein normales Bild. Wie riech' ich ein Stöckchen? Ja gut, das ist ein Kollege. Schön zu wissen, aber... ... jetzt noch nicht so wichtig. Und bei dem... Beim Hören kann ich mir halt irgendwie nichts einprägen. Außer... Außer die eigene. Aber die Sinne werden besser. Immerhin. Aber die Sinne werden besser. Immerhin. ... das Dopamin ist zu niedrig. Begebt dich in Sicherheit, bevor du hysterisch wirst. Ähm... Okay. Hysterie. Deine Panik ist zur Hysterie geworden. Zum Glück bist du unbewusst zu deinem... Okay, wir kommen hier glaube ich noch nicht... ... so weg aktuell. Wie steigere ich denn meinen Dopamin? Expedition beenden. Expedition beenden. Dann lassen wir hier mal kurz beides fallen. Und... ... legen uns erstmal hin. Ja... Ist ja auch, ne? Ist schon ein bisschen spät. Spielzeit an... Ja... Ich war schon viel früher vergiftet. Also dieser Säbelzahntiger, ne? Der war... Der war... Uh... Weiß ich nicht. Und wieder neue Sachen. Geil! Das finde ich halt cool. Das geht eigentlich dann doch... Eh... Unbewusst relativ schnell. Okay... Oh Gott, noch mehr Gerüche und Geräusche. Hm... Toll! Um deinen Sinne zu nutzen, folge dann den Anweisenden, die von der Ui... Für... Okay. Habe ich mir... Habe ich mir... Fast gedacht. Was haben wir hier? Selbstbestimmung. Hm... Okay, klar. Mitglieder können jetzt selber einschüchtern oder Angstüberwindung nachahmen. Lernen wir natürlich. Lernen wir natürlich. Da muss ich mich nicht so sehr um die kümmern. Können sie gerne selber machen. Hier ist nix Neues. Was... Was ist denn das hier? Achja, das Baby. Da sind noch ein paar Fragezeichen da unten. Ich... Sollte ich vielleicht trotzdem erstmal... So ein bisschen alleine auf Forschungstour gehen? Oder mir zuhause erstmal alles einprägen? Nur damit das schon mal erledigt ist. Einprägen. Achso, das ist damit ich wiederkommen kann, glaube ich. Das ist... Im größeren Sinn macht das, denke ich gar nicht. Ich will erstmal bloß identifizieren. Kurzes Feedback, ob noch alle da sind. Kann ich vielleicht so die Dornen... Könnte doch eigentlich funktionieren, oder? Ja. Es bleibt... Es bleibt aber halt das Fragezeichen. Riechen kann ich nicht, kann ich hören. Ja. Ja... Ich wüsste halt wirklich gern, was das ist. Hm... Was bist du? Ich verstehe das. Also manche Sachen verstehe ich wirklich noch nicht. Vielleicht... Vielleicht bin ich auch einfach... Ne... Ein bisschen... Langsam im Kopf. Manchmal. Da sind Geräuschquellen, das ist aber unser Clan. Dann... Hier... Sonst ist nischt. Du bist halt ein Stein. Aufhebbarer Felsen. Hä? Wie kann ich den denn bitte aufheben? Rufen. Rufen, den Clan rufen. Intelligenz. Wie kann ich... Es ist ein aufhebbarer Felsen, den ich nicht aufheben kann. Riech mal dran. Hier haben wir Gerüche. Wissen aber nicht, was es ist. Das ist irgendwas Grünes. Schön. Sind weiter ausgereift. Ich glaub wirklich Sinn macht das nur, wenn wir halt auch wissen, was es ist. Ich geh mal hin und schaue. War dieses Bäumchen. Okay. Zeig mal her. Komische rote Blätter. Die sind halt rot. Riechen ein bisschen streng. Nahrung. Cut. Auf Geruchsbasis. Das ist... Das ist grün. Ich will einfach nur alles einmal erschnuppert haben. Ich verzichte mal darauf, mir die Sachen einzubringen. Weil ich glaub, das sind wirklich nur noch so Marker. Aber was weiter? Und die Dinger hier, ne? Die ringen mich ein bisschen auf. Es bleibt geheim. Ich kann's aber nicht... Ich kann's halt auch nicht greifen. Es bleibt geheim. Okay. 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 Scheint nicht giftig gewesen zu sein. Hier sind überall Stöckchen, ne? Die liegen da einfach rum, aber ich darf sie nicht nehmen. Und das ist so ungefähr. So, warum schlaft ihr noch nicht? Weil hier liegt ja... Schau mal, hier liegt doch irgendwo dieser... Genau. Das Ding. Ich würde gerne mal versuchen, ob wir damit halt schneller ein Stöckchen schnitzen können. Für die Zukunft. Kriege ich hier nochmal ein? Ja, ich krieg da nochmal ein. Oh, ich hab... Verdammt. Wie kann ich den sogar wegschmeißen? War das hier? Wo ist Mensch? Ist das der? Ich bin mir grad nicht sicher. Müsste der sein, oder? Ja. Da müsste ich jetzt einmal die Hand tauschen. Ne. Doch, so rum. Und verändern. Ob das... Ob das besser geht? So, jetzt haben wir zwei Speere. Äh... Wer bist du? Zeig mal kurz. Weiblich? Weiblich? Nö. Weiblich brauche ich grad nicht. Ich will erstmal... Männerdomäne. Ja, auch weiblich unterkreist. Wo sind denn unsere... Unsere Männer? Bist... Bist du einer? Erwachsene. Erwachsene. Weiblich. Fruchtbar. Und Single. Wie? Was mein ich mit wechseln? Spiel ich jetzt? Ach, ich spiel denn den? Ich will Gegenstände tauschen. Äh... Okay, ich muss hier nochmal tauschen. Woi, 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 woi. Warte, ich kann... Kann ich jetzt nicht mehr wechseln? Mit... Achja, und ich hab auch schon ein paar... Jetzt kann ich wechseln. Ich hätt... Mir im Zweifelsfall den... Den... Den Sperr gegeben, aber eigentlich halt lieber ne Männchen. Bist du... Bist du ein Männchen? Männchen, Greis... Aber ganz ehrlich... Hier. Ne, warte, das hier. Gegenstände tauschen. Hat der schon mal nen Sperr. Huckepack, äh... Spontane... Blablabla... Kinder mit nem... Neuem Potenzial müssen das Erwachsenenalter recht damit... Na, komm mit. Weiß nicht, ob das was bringt... Weiß nicht, ob das was bringt... Wie werde... Andere Frage... Wie werde ich denn wieder los? Oder geht das nur hier? Oh Gott, wie... Wie werde ich denn... Also ich... Warte, ich wollte doch gar nicht auf Achse. Ich... Ich... Ich will den Affen loswerden. Ja, es ist ein spitzer Stein. Schmeiß den Affen ab. So, erstmal Expedition beenden, weil das wollte ich nicht. Ich würde mich echt gerne hinlegen. Ich wollte den Affen... Ich wollte den Affen... Ich wollte den Rucksack nicht. Okay, ich lege mich jetzt mit dem Rucksack hin. Mir egal. Regnet sowieso gerade. Werden wir bloß nass. Muss nicht. Ah, wunderschöne Träume. Haben wir... Irgendwas haben wir doch... Ja, natürlich. Wir haben was ausgebaut. Wir bauen eigentlich immer was aus. Äh... Greifen. Reg mal an. Und lerne. Wie hoch das Quellen hat sich erweitert? Toll. Darauf habe ich gewartet. Wie werde ich jetzt in den Rucksack los? Ich trüge einfach schon wieder wild. Okay. Kann ich das mit nem normalen Stein... Normaler Stein... Vielleicht sogar verändern? Nein. Wenn ich die Hand tausche, kann ich den Stein einreiben? Nein. Warte mal, wenn das funktioniert, kann ich... Leg mal hin. Kann ich das vielleicht als blankes nehmen und verändern? Warte mal, wenn das funktioniert, kann ich... Geht das? Ja, grundsätzlich schon, wenn ich mich nicht so doof anstelle. Abstreifen. Stangeria kann modifiziert werden. Ja. Dann inspizier mal, was haben wir da jetzt? Ein Stock. Würde ich behaupten. Ja, ist... Ist ein guter Stock. Und das... In Kombination... Kann ich doch bestimmt auch... Schärfen, oder? Nein. Weiß ich nicht. Andersrum macht natürlich keinen Sinn. Ich lass den Stock mal liegen. Ach, weiß was, ich lass beides liegen. Alles mal so ein... Kleines bisschen ausprobieren. Nimmst du bitte... Ja. Das Ding. So Sachen wie Nahkampf würde ich halt eigentlich viel, viel lieber lernen. Und ich denke, wir können grundsätzlich schon runter. Wir müssen halt da bleiben, wo wir noch sicher sind. Und von da aus alles schon mal erforschen. Würd ich vermuten. Sicher bin ich mir nicht. Würd ich vermuten. Sicher bin ich mir nicht. Würd ich mal aufstellen. Da sind Stöckchen. Toter Zweig. Warte, aber da ist noch was. Ein toter Zweig und noch irgendwas. Was haben wir hier? Ein Fragezeichen. Schilf. Was durch die Affenbrust wächst. Nahrungssammelpunkt. Angelplatz. Als ob. Die soll mal herkommen. Die können ja ruhig helfen. Hier kann ich angeln, aber wie? Ich kann schöpfen. Mein Stock ist weg. Warum ist denn jetzt mein Stock weg? Da ist er. Warte, schütteln? Als ob da Früchte runterfallen. Eine prähistorische Kokosnuss. Ich weiß nicht, ob ich die mit dem Stock aufkriege. Ich würde es gerne eher mit einem Stein versuchen. Haben wir hier mal irgendwo einen Stein? Steinchen. Ein Versteck. Das ist gut zu wissen. Schau mal gleich. Das ist doch ein Schlafplatz. 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 Das sah halt gerade irgendwie so aus. Oder brauchen wir das, um uns selber einen Schlafplatz herzustellen? Glaub ich fast. So, wo war das Versteck? Irgendwo hier, oder? Hier. Der Baum, oder was? Was? Was soll das sein? Kokosnuss? Aha. Was soll das das? Ja, also. Oder? Da geht's doch noch so. Wenn du mit mir interessieren. Na ja. Und wie geht's doch. Ja? Vielen Dank.